Namaste In dem letzten Video haben wir gesprochen über Selbstheilung und Beschleunigung in Selbstheilung. Die ganzen Techniken, die man am Selbst benutzen kann, kann man auch auf anderen Menschen benutzen. Was man gegen Stress machen kann, kann man auch gegen Stress rausnehmen von anderen Menschen und weiter. Sie können benutzen im täglichen Leben zu Hause. In meinem Fall bei Kindern. Ich habe, ich kenne sehr, sehr gut mit meinen Kindern, mit Prana Heilung sehr viel geübt. Wenn meine große Uhrentzündungen, Mittelürenentzündungen, sie weiß, wie Schmerz die Mittelürenentzündungen sind. Und abends habe ich mit dem Prana benutzt, eine Dreiviertelstunde, während das Benutzen erst geschlafen. Und morgen steht aus und alles vorbei, alles weg. Das klingt wie Wunder, aber das ist nicht Wunder. Das sind sehr praktische Techniken, die wir benutzen. Nicht nur mit Kindern, nicht nur bei Verletzungen mit Kindern. Das auch zu lernen. Man kann Kinder nicht gut konzentrieren. Man kann sehr viel mit Prana Heilung helfen. Mittlerweile, die Kinder sind groß, die haben alle selber Prana Heilung gelernt. Und die benutzen selber Prana Heilung. Die Freunde von dem auch Prana Heilung gelernt. Und die benutzen auch Selbstheilung von anderen Menschen. Sie können auch ihre Familienmitglieder helfen mit dieser wunderbaren Technik. Wenn sie zum Beispiel eine Nackenspannung hat oder einen Vorsportverletzungen oder verbrannt. jemanden bei Kochen. Und insbesondere auch ihre Haustiere kann sie super mit Prana behandeln. Und auch die Pflanzen. Alles ist Energie. Dieses alles kann sie mit dem Grundkurs lernen. Wenn sie wirklich interessiert oder weiter profimäßig arbeiten möchten. Wir haben höhere Techniken, wo die Angst rausnehmen oder viele Blockade rausnehmen. Das gibt es so viele Möglichkeiten bei uns in Prana Heilung. Alles solche Sachen zu erleben. Ich persönlich rate, einen von meinen Erlebnishabenden zu besuchen. Brauchen Sie nicht blind glauben. Schauen Sie live, was wir unterrichten. Was wir erklären. Was wir zeigen. Und danach Sie können selber entscheiden. Ich freue mich, wenn Sie einen von meinen Erlebnishabenden besuchen. Schauen Sie auf meiner Website, wie viele Termine stehen. Mittlerweile Sie können auch überall googeln bei uns. Schauen Sie auf Facebook bei Videos und auch bei Instagram. Und Sie können weltweit über Prana Heilung schauen und lesen Artikel. So, vielen Dank. Ich freue mich für Ihren Besuch. Namaste. Abschuldigkeit. Na, hier. Ich freue mich für euch. Vielen Dank.